Ja, Midnight Man gedreht haben wir es in München mit den Bavaria Studios. Damals hat auch Stefanie Tücking mitgespielt, die damals die Formel 1 Sendung moderiert hatte. Und ich hatte mich so ein bisschen mit ihr angefreundet und es sollte ein absolutes Chaos-Video werden. Die Puderquasten flogen durch den Raum, die Klamotten. Übrigens auch das einzige Video, wo Michael mitspielte. Denn es sollte am Schluss eine Kussszene geben. Und ich sagte, wenn das passiert, dann wenn ich jemanden küsse, dann nur meinen Mann. So, das haben wir gemacht, aber am Ende haben wir uns doch entschlossen, die Szene rauszuschneiden. Die Puderquasten Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020